Musik Schaut mal wie wir da getroffen haben auf der Gamescom Oh In allen Pixabricks Hier ist Tittman Am Start an der Gamescom Pixabricks A.K.A. Rukas Vitali Was war nun mal sein Gamer noch? Dazoo Dazoo Oh bist du bereit für ein Fotoshooting Oh Du bist bereit für ein Fotoshooting Und Lukas Wie geht es dir? Bist du auch als Chef? Ja, mir geht es ganz gut, war zwar gestern ein bisschen besoffen, aber ich bin einer besoffen, ich bin ganz normal. Nein, das merkt man sich auch gar nicht an. Ja, also wir sind hier gerade ohne Kira unterwegs, weil er Hunger hat und was weiß. Der gönnt sich erst einmal. Ja, der gönnt sich. Und wir gucken uns hier gerade diese ganzen Cases an, das ist übelst übertrieben. Also ich zeig es euch mal wieder. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Ich muss nicht schnell mal gucken. Nein. Ich nehme nicht, Stefan. Ich habe jetzt die Schatzkiste. Dann komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja, ja. Das ist jetzt. Das hat mir Alexi-Lexi auch schon gesagt. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut.